In Europa hat der aus den USA stammende Shopping-Tag, der sogenannte Black Friday, Einzug gehalten. In den USA ist es der Tag nach einem der größten Feste, Thanksgiving, und läutet die Weihnachtseinkäufe ein. Die Unternehmen in Europa locken die Kunden mit günstigen Angeboten. Das Motto? Kaufen, kaufen, kaufen. Konsumrausch pur. Auch im Internet haben viele Unternehmen die Preise zum Black Friday teils um die Hälfte gesenkt. Allerdings, nicht alle shoppen am Black Friday, manche schreien sich heiser. In Spanien und Deutschland riefen die Gewerkschaften die Amazon-Mitarbeiter auf, genau am Black Friday zu streiken. Heute ist ein wichtiger Tag bei Amazon. Wir wollen, dass Amazon nicht nur an seine Kunden, sondern auch an seine Mitarbeiter denkt. Denn das Geschäft funktioniert nur mit uns. In Deutschland folgten etwa 600 Angestellte dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi, an den Standorten Bad Hersfeld und Rheinberg. Der Arbeitsablauf bei Amazon Deutschland wurde nicht beeinträchtigt.